Guten Tag Polizei Frankfurt. Keine Sorge, heute haben wir was ganz Besonderes für Sie und zwar wollen wir heute alle guten Verkehrsteilnehmer belohnen. Sie sind die einzige, die heute bis jetzt angeschnallt war und deswegen bekommen Sie von uns 300 Euro. Wow, echt? Ja, das ist doch mal was Feines, oder? Ja, jetzt kann ich endlich meinen Führerschein machen.